Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zum Tipp der Woche. Der Wochenstart ist an den Aktienmärkten ins Wasser gefallen, sage ich mal. Eine Aktie, die sich hier relativ unbeeindruckt in den letzten Wochen, Monaten gezeigt hat, ist der Einzelhändler Walmart. Wir sehen den Kursverlauf jetzt schon längerfristig im Dreijahreschart und hier sehen wir, dass wir dieses Hoch von Ende 2020 gebrochen haben, ein richtig starkes Kaufsignal generiert haben und klar, am Freitag ging es auch mal drei Dollar nach unten, aber die Aktie profitiert auch eben von der Inflationsthematik, dass die Kunden sich eben auf Produkte stürzen, die etwas günstiger sind und damit kann eben Walmart punkten. Man hat auch eine gewisse Preissetzungsmacht aufgrund der Marktposition und das spielt jetzt alles Walmart eben in die Karten. Für deutsche Anleger ist noch wichtig, dass der Euro eben zur Schwäche neigt und dann eben auch hier ja mit unterstützt, wenn man hier investiert. Und das wollen wir jetzt mal mit einem Turbooptionsschein machen, einem Walmart Turbolong mit der WKN MA4DSE. Der Schein hat einen Hebel von etwa 2,9, kostet aktuell 4,95 und den Stoppkurs, den platzieren wir bei 4,30 Euro. Ja, vergangenen Dienstag hatten wir einen Schein auf die Allianz herausgepickt. Der hatte sich gut entwickelt. Wir waren zeitweise hier im Bereich 2,24 Euro. Natürlich mit den Verlusten am Freitag und heute am Montag ist die Aktie natürlich nicht mehr so hoch. Wir stehen jetzt bei knapp 216 Euro. Wichtig wäre, wenn wir zumindest mal über der 210 bzw. über der 200-Tage-Linie bleiben. Wichtig war natürlich oder wäre gewesen, wenn wir den Widerstand bei 220 knacken. Das hatten wir eben letzte Woche am Donnerstag, doch dann eben am Freitag die Gewinnmitnahmen. Und jetzt heute Morgen setzt sich dieser Trend, dieser Gewinnmitnahmetrend etwas fort. Und das wirkt sich natürlich auch negativ auf unseren Schein aus, der bei 6 empfohlen wurde. Jetzt bei 5,80 steht, den Stoppkurs. Der wurde natürlich nicht tangiert bei 5 Euro. Ich würde es mal noch laufen lassen, aber man muss da schon etwas vorsichtig sein. Wenn der DAX wirklich unter 13,9, 13,8 fällt, dann wird es wahrscheinlich auch sinnvoll sein, den Schein erstmal glatt zu stellen. Es gibt ja jeden Tag neue Chancen. Und lieber mal etwas Risiko aus der Position herausnehmen und lieber später vielleicht dann erneut einsteigen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen gute Kurse, eine erfolgreiche Handelswoche und bis nächste Woche. Tschüss.